Mr. Caged, genau, haha, oh ja, ich bin so hübsch, und ich mache euch nieder, ich mache euch nieder, ich mache euch fertig, ich mache euch fertig, ich mache dich fertig, und dann essen wir zusammen, oh ja. Jetzt zu unserer zweiten Herausforderung, Mr. Caged. Maraka! Na ja, okay, schön geschminkt, aber ist das echt notwendig? Hoppla! Sie werden dein Fleisch bekennen!